Guten Tag, mein Name ist Gertian von Rosenberg und ich bin Inhaber von der Physiotherapie Praxis von Rosenberg, aber auch von KITKG, Physio für Kinder und der Familienpraxis Emingen. Ich freue mich sehr über das Zertifikat Top Sozial und in den Gesprächen mit Herrn Enes von APROS Consulting habe ich gemerkt, dass an das Thema soziales Engagement viel mehr dran hängt als das Unterstützer von Vereinen und Instanzen. In den Gesprächen mit ihm habe ich gemerkt, dass sozialer Umgang mit Patienten wichtig ist, um für sie dafür zu sorgen, dass wir einen sicheren Umgang haben mit den Patienten, dass sie sich wohlfühlen und dass sie bei uns einfach gut aufgehoben sind. Ich finde es einfach ein wichtiges Thema, weil es geht darum, dass eine Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn wir einander unterstützen und helfen. Auch ein Umgang mit unseren Partnern ist wichtig und vor allem auch der Umgang mit den Therapeuten, mit meinen Mitarbeitern, ist ganz arg wichtig geworden durch diese Gespräche. Ein Ding, was aber sehr ausgestochen hat bei diesen Gesprächen, ist der soziale Umgang mit der Umwelt und der Natur. Darum haben wir dann durch Mitarbeitergespräche uns dazu entschieden, wieder eine Mitarbeiterin für das Thema Nachhaltigkeit in der Praxis zu fragen und dadurch in der Zukunft und jetzt schon vieles umsetzen zu können. Ich freue mich sehr auf die Zukunft, weil wir dadurch viele neue Sachen entwickeln werden zum Thema sozialer Umgang mit den Therapeuten, mit den Patienten, mit Vereinen und unseren Lieferanten. Vielen Dank.